hallo leute recht herzlich willkommen zur folge nummer 15 ghost of tsushima so was machen wir heute wir haben hier glaube ich noch ein fragezeichen irgendwo irgendwas habe ich hier gesehen wo war das fragezeichen nach hier unten war eins das heißt wir müssten von oben mal da runter gehen ich würde gerne interessieren was hier unten noch ist das heißt wir teleportieren einmal dorthin und dann schauen wir mal was ist oder warte würde ich sagen und wenn euch die folge gefällt lässt mir doch lasst mir doch jeden fall like kommentar oder abo da würde mich alles sehr sehr freuen da wird mich hier hingeschaut ziemlich weit und wir kommen hier runter hier mal hinspringt dann müssen wir bestimmt irgendwie runter kommen oder hier ist doch gut aus ich war doch gerade ein vogel oder bin ich blöd da ok wir gehen mal hier hoch wir schauen mal was der vogel da für uns hat säule der ehre ok hier geht es nicht weiter ok hier geht es nicht weiter na bin ich doch hier ich gehe mal hier rein mamsushi gift oder wie oder mamushi gift mit tödlicher präzision finden deine klingen ihr ziel wo findet es jetzt sie jetzt automatisch was war das jetzt ich kann was so viel machen verzögerter schlag reitsprung das glaube ich nicht ok das weiß ich halt immer nicht soll ich das verbessern oder nicht oder wartet er halt auf neue rüstung ich glaube ich mache jetzt mal solange es jetzt noch funktioniert mache ich gar nichts ok das war es jetzt oder wie cool wir haben einen fuchs gebraucht dafür tali ist mein platz freigeschalten sehr schön so jetzt können wir hier auch noch hineinlegen bei 50 prozent oder weniger gesünder wird der erlittene schaden um einen mittleren wert verringert das hört sich doch nicht schlecht an so wie komme ich jetzt wieder hier runter der ist der komme ich überhaupt runter so wir müssen sie halt mal hopp so so sieht es doch gut aus wir könnten eigentlich bald mit der hauptstory weitermachen glaube ich so die richtung die richtung sieht schon mal nicht schlecht aus kämpfen wir hachajato warte da warte da au das war knapp das war knapp Das war knapp. Was haben die hier drin? Haben die noch was schönes? Stahl. Sonst durchspüren oder was? Bäh. Okay. Er zeigt mir zwar die Richtung an, aber hier würde ich auch noch mal gerne angucken. Verfallenes Häuschen. Vielleicht kann man hier noch ein bisschen was snacken. Ab und zu kann man ja ein bisschen was mitnehmen. Aber hier sieht nichts so aus, als wenn hier noch irgendwas wäre. Okay. Hier unten scheint eine Art Festung zu sein. Das wird das Fragezeichen sein. Wir müssen immer gleich herausfordern, weil haben wir immer gleich, wenn es alles passt, schon mal drei Gegner weggesnackt. Wieso mal antäuschen? Wieso mal antäuschen? Was ist das so, Frege? Was ist das? Was ist jetzt scheiße mit denen? Wenn hier noch 50.000 Bogenschützen irgendwo stehen. Stirb! Okay, dann schauen wir doch trotzdem nochmal um. Ich denke das waren bestimmt noch nicht alle hier drin. Leinen genau das brauchen wir auch zum aufwerten. Okay. 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 Da waren wir schon drinnen. Hier ist nichts mehr. Hier kann man Munition auffüllen, aber hier wird voll sein. Richtig. Hier ist ein bisschen Eisen. Verbesserung für Schwertschmied. Okay. Azumobucht. Ah, hier ist nochmal ein Fragezeichen, dann gehen wir doch gleich mal da hin. Dann gehen wir zu der Azumobucht mal runter. Hier wird vielleicht auch wieder so eine Festung sein. Ah, hier ist wieder ein Vogel. Schauen wir mal was der für mich hat. Ach, ein Lager. Okay. Ach, ein Lager, okay. Bogen Rüstungsfarben. Hütte. Was ist das? Hütte. Stimme, dass das ein Krieg ist. Ach so, das sind so Accessoires praktisch. Schwertkits, Katana. Ach so. Das heißt nix. Oh, das schaut aber cool aus. Aber das ist mir echt zu teuer, ey. Das kann ich mal machen, wenn ich wirklich im Überfluss, wenn ich im Überfluss hier Materialien habe, aber jetzt, jetzt machen wir da nur nischt. Genauso mit dem Fallensteller. Da habe ich jetzt. Fernkampfwaffen, Fallensteller, warte mal. Verbesserung, okay. Pfeil. Ach so, da kriegt man Raubtürfelder für. Hier. Ne, Pfeilkapazität zwei kosten. 10. Raubtürfel, ich habe 23. Hm. Ja komm, das machen wir mal. Es ist nie verkehrt, wenn man ein bisschen mehr Pfeiler nehmen kann. Warte, was hat denn denn noch? Schnellfeuerwaffen. Kunai. Kunai 4. Nein, das brauchen wir noch nicht. Da warten wir noch ein bisschen. Aber ich kann Munition und Ressourcen verkaufen. Das kann ich nicht verkaufen. Na, das verkauf ich aber nicht. Okay. Dann würde ich sagen, schauen wir wirklich mal hier runter. War das nicht da, wo wir angefangen hatten? Ich weiß es gar nicht. Zum Buch, da haben wir doch angefangen, oder? Aber da schauen wir trotzdem mal hin. In der Buch, klar, da haben wir angefangen. Aber vielleicht gibt es ja da trotzdem irgendwas. Warte mal. Ich kann aber keine Schnellreise dorthin machen. Okay. Wo ist meine Hütte? Da. Ich glaube zwar wirklich nicht, dass da irgendwas ist, aber... Naja, mal schauen. Hier bin ich! Da ist ein Kerl. Ich bin expert! Los geht weiter. Ich eroh, als ich weiss! Was denken Sie, Kirch? Ich kann nicht! alluded in! Ich war Herr sûr, er Hen ranking GIRL! Gute Nacht. Okay. Dann gibt es auch noch was zu tun. Aha. Okay. Dann müssen wir was zu tun haben. Mir geht es aber trotzdem mal hier gucken. Kommen wir überhaupt rein? Überwältigende Gegnerpräsenz. Okay. Das Problem bin ich hier nicht. Da muss ich irgendwie anders ran. Ich glaube waren wir hier nicht schon mal? Haben wir da oben nicht das mit dem alten Opa gemacht? Ich glaube schon. Aber wir könnten ja trotzdem mal schauen ob wir das hinkriegen. Genau. Wir können eben hier hoch. Oder ist natürlich jetzt so eine Stelle die erst später im Spiel kommt wo man weitermachen soll. Könnt ihr mir natürlich auch vorstellen. Genau. Von hier oben kommen wir normal müssten wir eigentlich in die Festung reinkommen. Genau. Hier hatten wir das mit dem Opa. Und hier müssen die Festung sein. Das ist natürlich heftig. Aber kommen wir hier runter? Ich glaube dass wir gar nicht hier runterkommen. Natürlich wenn die jetzt da alle rufen dann wird es jetzt schwierig. Ich glaube ich war gerade das Haus wo wir vorher gerade waren. so wie kommen wir jetzt da rein. Hier ist halt auch ein Tor. Ich weiß gar nicht ob wir das schon machen sollen überhaupt. Aber wir schauen trotzdem mal ob wir reinkommen. Wenn wir nicht reinkommen dann wird es bestimmt später im Spiel kommen was ich mir auch vorstellen kann. Weil es halt noch grau ist. Deswegen die Tore sind halt zu. auf. Das war's. Könnt man ja gerne mal in die Kommentare schreiben, ob man hier schon rein kann. Ich hab mir vielleicht vorgestellt, dass man hier eine Seite irgendwo hochkommt. Hä? Wer hat denn jetzt hier geschossen? Alter! Wer schießt denn da? Okay, ich glaub, da soll ich noch nicht rein. Okay, also kommt es später erst. Gut, dann würde ich sagen, machen wir aber an der Stelle einen Cut und schauen natürlich in der nächsten Folge, wie es weitergeht. Ich würde mich natürlich freuen, wenn ihr wieder dabei seid. Und ansonsten, jo. Wenn es euch gefallen, lasst mir auf jeden Fall Like, Kommentar oder auch Abo da. Und ansonsten, bis zur nächsten Folge. Ciao, ciao, reingehauen. Euer Andi. Séren Taylor. Ja, auf jeden Fall. Tschüss. 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 Tschüss-task необходимоist. Tschüss. Tschüss-tisch. Tschüss. 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 Vielen Dank.